Guten Tag Freunde für Music Max. Mein Name ist Dominik und wenn Sie sich fragen, wie man Konzertgitarren leichter spielen kann, sind Sie auf dem richtigen Platz. Heute werde ich euch Hagi präsentieren. Hagi ist ein einzigartiges und sehr innovatives Gitarren-Accessory, das einen hervorragenden Ersatz für Fussbank, die oft beim Spielen einer klassischen Gitarre verwendet wird, darstellt. Hagi ist auch geeignet für alle, die eine korrekte und entspannte Haltung beim Gitarrenspielen in Sitzposition wünschen. Er ist für alle Arten von Gitarren geeignet, so wie klassische, akustische, Flamenco oder Jazz. Durch die Verwendung des Hagi verbessern Sie Ihre Spielhaltung und Atmen während des Spielkomforts leichter. Hagi ermöglicht auch eine bessere Resonanz der Gitarre, da es den Kontakt mit dem Körper verringert. Die Installation ist ganz einfach und schnell. Er beschädigt die empfindlichen Lecke professioneller Gitarren nicht und ist eine großartige Ergänzung für maximalen Gitarrengenuss. Hagi ist voll ansteuerbar und eignet sich dafür für alle großen sowie auch für Linkshänder Gitarren. Er ist leicht zu entfernen und nach Gebrauch zu falten, sodass er sie ganz leicht zu tragen lässt. Wenn Ihnen die Präsentation gefallen hat, finden Sie uns auf www.musikmax.eu